Das Interieur des ersten BMW 6er Gran Turismo ist außergewöhnlich. Eine vollkommene Mischung aus sportlicher Fahrerorientierung und luxuriösem Komfort. Das Raumgefühl ist großzügig. Zudem überzeugt der Gran Turismo mit hochwertigen Materialien und perfekter Verarbeitungsqualität. Ideal für entspanntes Reisen. Auch auf den Rücksitzen empfängt sie der BMW 6er Gran Turismo mit erstklassigem Ambiente. Hier gibt es ebenfalls reichlich Platz. Die Sitze sind äußerst komfortabel und die Rückenlehne ist optional elektrisch verstellbar. Perfekt für längere Strecken, perfekt wenn Sie entspannen wollen. Das optional erhältliche Panorama-Glasdach verleiht dem Innenraum ein noch großzügigeres Raumgefühl. Größe und Funktionalität des Gepäckraums sind herausragend. Das Kofferraumvolumen beträgt zwischen 610 und 1800 Litern. Sehr praktisch ist auch das Ablagefach für die Laderaumabdeckung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.